Ganz still, im Universum riesengroß, unendlich weit und grenzenlos. Wart ich, wann kommt dein nächster Brief zu mir? Wo bist du und wie geht es dir? Von Planet zu Planet, wohin die Reise geht, kleiner Prinz mit Fantasie, rettest du die Galaxie. Kleiner Prinz, du bist fern, fliegst mit Fuchs von Stern zu Stern und du weißt, was man auch tut, nur mit dem Herzen sieht man gut. Kann das sein? So lange schon keine Nachricht von ihm? Ach, endlich! Mein armer Freund, was du wieder erlebt hast. Warum bist du nur so weit weg? So weit weg von mir, von deiner Rose. Meine Rose. Fuchs und ich sind unterwegs im Sternzeichen des Dampfrosses. Ähm, kleiner Prinz, zeichne deine Rose später was. Guck dir das mal an. Hä? Ich frage mich, ob die Schlange wohl jemals aufhört, überall Unheil zu stiften. Ich hab Heimweh nach B612. Das hab ich auch, Fuchs. Und eines Tages werden wir dorthin zurückkehren, versprochen. Aber das wird noch eine Weile dauern. Siehst du das? Schienen von einer Spielzeugeisenbahn. Züge find ich toll. Oh. Findest du nicht auch, hier fehlt was? Na klar. Hier fehlt die Eisenbahn. Vorsicht bei der Abfahrt des Zuges. Tschu, tschu. Tschu, tschu. Vorsicht bei der Einfahrt. Nächster Halt, Planet W5613. Tschu, tschu. Oh oh. Bleib hier, Fuchs. Das sind echte Schienen. Bleib vorsichtig. Tschu, tschu. Tschu. Was? Ein echter Zug. Puh, danke, kleiner Prinz. Nichts wie raus hier, bevor der nächste Zug kommt. Ähm, jetzt sehe ich rein gar nichts mehr. Kann vielleicht mal jemand das Licht ausmachen? Mach die Augen auf, Fuchs. Das ist wunderschön. Oh weh, oh weh. Da guckt man besser nicht runter. Vorsicht! Da kommt wieder ein Zug. Keine Angst, Fuchs. Der ist nicht besonders schnell. Wollen wir uns den mal aus der Nähe ansehen? Hallo. Guten Tag. Guten Tag, Kinder. Wieso seid ihr denn nicht in der Schule? Also wirklich, anstatt an meinem Stundenplan rumzumeckern, könntet ihr mir lieber ein bisschen helfen. Entschuldigen Sie bitte. Ich hatte Sie gar nicht gesehen. Natürlich helfen wir Ihnen. Frau Wagenbach, ich muss mal Pipi machen. Leon, geh wieder in den Waggon. Bald sind wir in der Schule. Da kannst du zur Toilette gehen, nicht hier.